Hallo zusammen, mich ist wieder der Echela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount-Achievement-Guide präsentieren. Und heute soll es nämlich um ein schickes Meta-Achievement gehen. Das schimpft sich Ruhm des Helden der Schattenlande. Und für dieses Achievement müssen wir insgesamt 24 Untererfolge abschließen, die alle bei verschiedenen Bossen und Trash in den ganzen Shadowlands-Dungeons stattfinden. Das ist einiges zu tun. Wenn wir das Ganze abgeschlossen haben, dann gibt es auch eine schicke Belohnung. Und zwar ein Reittier, ein gieriger Fresser. Auf dem sitze ich hier bereits schon. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooles Mount. Wir machen jetzt auch gleich mal das Mount-Special hier an der Stelle. Macht auf jeden Fall was her. Ich habe das Ganze schon relativ am Anfang von der Expansion durchgespielt mit einer Gruppe. War so ein bisschen über 200 Item-Level. Heißt, ihr braucht da jetzt nicht das krasseste Gear. Ihr könnt das alles im Mythic Plus Null machen. Und eigentlich gehen alle Achievement bis auf 1. Kahlschlag, das ist so ein bisschen das schwierigste Achievement. Und das findet ihr dann auch ganz am Ende von der langen Videoserie. Ich habe übrigens auch alle Videos einzeln. Falls ihr euch nur für ein einzelnes Achievement interessiert, habe ich das auch in der Playlist drin. Hier sind jetzt dementsprechend alle Erfolge mit drin. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Durchgucken und dann auch beim Nachspielen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich verabschiede mich und entlasse euch in die einzelnen Boss-Achievements. Dann kommen wir gleich zur ersten Instanz und zwar zur nekrotischen Schneide. Da können wir auch gleich zum zweiten Boss gehen. Beim ersten gibt es keinen Erfolg. Und bei Amarat, der Ernte, gibt es das Achievement. Reiche Ernte. Und für dieses Achievement müssen wir Amarat, den Ernte, in der nekrotischen Schneide, auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem er mit letzter Ernte die Leiche eines grausigen Kolosses verschlungen hat. Was müssen wir als erstes machen? Wir brauchen den grausigen Koloss. Und ihr seht, den haben wir hier schon beschworen. Ihr müsst einfach an dem Boss vorbeilaufen, bis ganz hinten links in die Ecke. Da gibt es dann so einen kleinen Stecken, den ihr anklicken könnt. Dann beschwört ihr den grausigen Koloss. Der kann ehrlich gesagt nicht viel. Den kann man einfach umklopfen. Und nachdem ihr den umgeklopft habt, liegt seine Leiche da an der Ecke. Da einfach dann den Boss hinziehen, dann ein bisschen tanken und den Boss ein bisschen runterhauen, ihn aber noch nicht töten. Er muss nämlich einen Spell einsetzen. Und zwar diese letzte Ernte. Und wenn er das getan hat, sorgt er alle Edds auf, die quasi da vorhin gestorben sind. Und wenn er einmal diesen großen oder grausigen Koloss einmal auch mit aufsaugt, bekommt er dann nochmal zusätzlich einen Buff drauf. Macht den Kampf einen Ticken schwerer, aber mit 200 Item Level aufwärts. Hier sollte das ja alles kein Problem sein. Danach müsst ihr eigentlich nur noch den Boss umklopfen. Heimst das Achievement ein. Und ja, mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht, was ihr hier bei dem Encounter beachten müsst. Dann kommen wir zum Achievement beim dritten Boss. Vorräte des Chirurgen. Und für dieses müssen wir den Chirurgen Fleischnaht in der nekrotischen Schneise auf dem Führigkeitsgrad mythisch bezwingen. Nachdem wir zwei Fässer voller Ersatzteile zerstört haben. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Wir beginnen in dem Kampf, indem wir diese Monstrosität hier am Anfang pullen. Und dann nicht den Chirurgen runterholen, sondern in die Ecke am Eingang pullen. Und zwar an beide Ecken. Und dort quasi mit den Haken dann einfach die Fässer zerstören. Dann kommen so kleine Ersatzteile raus. Und mehr ist es eigentlich auch nicht. Ihr müsst ein bisschen euch schicken, wenn ihr mit den ersten beiden Haken quasi direkt diese Fässer aufhitten wollt. Wir waren hier ein bisschen spät in der zweiten Ecke. Haben es aber dennoch geschafft, wie ihr seht, hier einmal das aufzuhaken. Wenn ihr das einmal verfehlt, ist es auch nicht sonderlich schlimm. Denn die Monstrositäten spawnen ja immer nach und nach wieder neu nach. Beziehungsweise hauen dann auch öfter die Haken hintereinander raus. Sobald ihr die zwei Fässer zerstört habt, ist es eigentlich ganz normal wie sonst auch. Ihr zieht die Monstrositäten an den Boss ran, holt den Boss runter, tötet ihn und habt dann dementsprechend das E-Chiefen einmal fertig. Mehr ist es eigentlich tatsächlich schon nicht. Dann kommen wir noch zum Endboss mit dem Erfolg. Allzeit schlachtzugsbereit 7 und für diesen müssen wir Naltor, den Eisbinder in der nekrotischen Schneise, auch den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne von Kometenhagel, Blizzard oder Sekundäreffekten der frostigen Fesseln getroffen zu werden. Das ist ein Personal Achievement und diese ganzen Effekte betreffen immer den einzelnen Spieler. Ich würde sagen, wir gucken uns die Effekte mal im Einzelnen an. Wir haben einmal einen Effekt, der schimpft sich Kometenhagel. Und dieser Kometenhagel sind einfach kleine Voids, hier seht ihr sie gerade. Unter jedem Spieler erscheinen die und da müsst ihr einfach rauslaufen. Wenn ihr die ganze Zeit am Moven seid und nicht in den anderen reinlauft, ist das eigentlich überhaupt kein Stress. Dann gibt es die zweite Fähigkeit und zwar frostige Fesseln. Da wird immer ein Spieler anvisiert, der kriegt Fesseln um sich rum, wird auch festgefroren und da müsst ihr einfach aus dem Kreis rauslaufen, die anderen Spieler. Wenn das nämlich ausläuft, dann werden die anderen auch eingefroren und das ist quasi dann der Sekundäreffekt, wo ihr nicht getroffen werden dürft. Und das letzte, den Blizzard, den gibt es nur in der anderen Phase und zwar dunkles Exil. Wird immer ein DD anvisiert, wird in eine andere Phase rübergeschmissen oder eine andere Ebene dieser Nekropole. Und dort wird er dementsprechend dann mit dem Blizzard konfrontiert. Das ist einfach ein Bodeneffekt, wo ihr rauslaufen müsst und mehr ist es tatsächlich dann nicht an dieser Stelle. Dann sind wir in der nächsten Instanz unterwegs und zwar in der Spitze des Aufstiegs. Und hier direkt beim dritten Boss, bei den ersten beiden, gibt es kein Achievement. Hier mit dem Achievement Golian Offline. Und für diesen müssen wir Euryphorion in der Spitze des Aufstiegs auf dem Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir alle drei zerschmetterten Verwüste aktiviert und zerstört haben. Und wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir werden jetzt als allererstes einmal einen Trash töten und dann den Boss pullen und zwar hier einmal nach rechts rüber. Und ihr seht schon, hier ist so ein deaktivierter Roboter und das ist dieser Goliath. Und da ziehen wir jetzt unsere Orbs rein und am besten die Orbs so ein bisschen hinter den Mob legen, denn diese Orbs müssen dann später diese Goliaths aktivieren. Und zwar muss der Boss hier einmal seine Energie verschießen, also die 100 Energie, die er hatte, einmal voll verschießen und danach saugt er nämlich die Kugeln zu sich ran, um wieder Energie aufzuladen. Und eine von diesen Kugeln muss jetzt quasi durch diesen Goliath durchfliegen und sobald das passiert, wird er aktiviert und wir können ihn einfach ganz normal umklopfen. Das müssen wir jetzt dann auch dreimal hintereinander wiederholen. Die anderen beiden Goliath, die dann auf der anderen Seite sind, also auf der linken Seite, die kann man theoretisch gleichzeitig aktivieren. Den einen hier, ja, den macht man am besten dann einzeln. Also sonst spielt man den Encounter ganz normal. Und ihr seht schon, jetzt fliegen diese Kugeln und eine Kugel ist so hindurch geflogen, dann kommt er raus. Sonderlich viel Leben hat er nicht, der kann auch nicht viel. Den klopfen wir dann einfach um und sobald wir das gemacht haben, haben wir dementsprechend den ersten. So, jetzt laufen wir ganz auf die andere Seite rüber. Und zwar stehen da die anderen beiden. Und ihr seht schon, hier haben wir einen vorne rechts und dann noch einen ganz, ganz hinten, da wo man am Eingang reinkommt. Deswegen seht ihr schon, warum man hier am besten den kompletten Trash weg macht. Einfach, weil doch man den ganzen Platz hier braucht. Wenn ihr ein bisschen Trash stehen lässt, dann wird es halt eklig, dann müsst ihr den halt im Kampf zusätzlich machen. So, wir haben es jetzt schon so gemacht, dass die Leute sich verteilt haben und wir beide gleichzeitig aktivieren können, haben die Orbs hinter die Mobs gelegt, wie ihr hier seht. Und jetzt müssen wir einfach nur noch den Encounter ganz normal runterspielen, bis er dementsprechend wieder null Energie hat. Und sobald er null Energie hat, wird er wieder seine Orbs ranziehen und dann können wir die letzten beiden einmal aktivieren. Ein bisschen schwierig, die dann zu tanken als Tank, aber wie gesagt, die haben nicht sonderlich viel Leben. Und hier im Mythic Plus Null, wenn er es da macht, sollten die auch nicht sonderlich viel reinhauen. Also ist es nicht das große Problem, die zu machen. So ein kleiner Tipp am Rande. Vielleicht macht ihr es so wie wir hier. Wir haben jetzt einfach mal keinen Schaden auf den Boss gemacht. Schlichtweg, weil der einfach auch nicht so viel Life hat. Und es dauert hier schon ein bisschen, bis dementsprechend das komplette, ja, bis er komplett zweimal durchgecastet hat. Das kann auch sein, dass ihr vielleicht dreimal machen müsst oder ihr es vielleicht auch einmal verkackt habt. Und dann dementsprechend noch ein Problem kriegt, dass ihr quasi eine Runde mehr machen müsst. Also da lieber Damage Stop komplett machen und den Boss dann danach runterklopfen. Bei uns hat das jetzt hier geklappt. Wir haben dreimal die Dinger aktiviert und dementsprechend auch getötet. Jetzt können wir den Boss runterklopfen und dann ploppt er auch schon das Achievement auf. Der nächste Erfolg ist beim Endboss und zwar heißt er Experte und für diesen müssen wir Davos Paragon des Zweifels in den Spitzen des Aufstiegs auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir sie mit fünf Sperren der Pflicht getroffen haben. Wo kriegen wir diese, ja, ähm, Sperre der Pflicht her? Und zwar seht ihr schon, ich versuche immer die Kamera so ein bisschen nach oben zu bekommen. Die befinden sich nämlich in der Luft und spawnen während dem Kampf so nach und nach immer mal wieder nach. Und sind nicht von Anfang an fünf da, sondern man hat immer nur ein, zwei, drei oben, je nachdem wie viel man direkt am Anfang schon sich geholt hat. Wie kommen wir da hoch? Und zwar müsst ihr von der Plattform hier runter springen, bekommt, dann werdet ihr nach oben geschleudert, bekommt Flügel und sobald ihr diese Flügel habt, könnt ihr dann oben ein bisschen rumflattern, diese Sperre einmal einsammeln und dann dementsprechend auf den Boss schießen. Ihr seht, der Mager ist runtergesprungen, wird hochgeschleudert, hat die Flügel, fliegt durch so einen Sperr durch und dann schießt er den auf den Boss drauf. Ihr habt dann übrigens auch den Vorteil, dass ihr auf dem Boss einen Stack habt, der mit Anzahl der Sperren quasi hochgeht. Heißt, wenn ihr fünf Sperre draufgehauen habt, habt ihr auch fünf D-Boss quasi auf dem Boss drauf. Ihr solltet das am besten nur die D-Ds machen lassen, der Tank muss auf der Plattform bleiben, sonst tritt halt der Boss ein bisschen durch. Heiler sollte auch da bleiben, dass es halt Heilung gibt und die D-Ds können eigentlich so nach und nach die Sperre holen. Wichtig ist, ihr solltet da ein bisschen gucken, wo ihr gerade im Kampf seid. Denn der Boss haut ja hier sein AE raus und den kriegt ihr auch oben ab. Und der kann einen schon killen, wie der eine Magier bei uns in der Gruppe rausgefunden hat. Dementsprechend solltet ihr es so machen, wartet den AE ab, springt dann von der Plattform als CD, sammelt einen Sperr ab, wirft sie ab und dann kommt nämlich schon der nächste AE und ihr müsst wieder unter der Bubble stehen. Ihr könnt natürlich auch mit Immunisierungseffekten dann oben auch bleiben, aber da müsst ihr das halt dann einigermaßen gut timen. Das Ganze zieht sich hier eine Weile, also ein Damage-Stop auf den Boss am Anfang ist von Vorteil. Man sollte nicht den Boss zu weit runterhauen, denn man wird doch einige Phasen brauchen, bis man alle fünf Sperre drauf hat. Alleine schon die oben zu erwischen ist nicht ganz so einfach. Am besten schickt er dementsprechend alle D-Ds hoch, dass alle auf Sperre-Jagd gehen und dann geht das Achievement aber auch. Gut, wir hauen jetzt gerade noch den Boss um, Achievement ploppt auf und ja, damit sind wir auch tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement. Dann kommen wir zum letzten Achievement hier in den Thunz und zwar, ich kann mein Haus von hier aus sehen und für dieses Achievement müsst ihr in den Spitzen des Aufstiegs auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch alle fünf Kugeln im Abstand von maximal 60 Sekunden sammeln, nachdem ihr Davos Paragon des Zweifels bezwungen habt. Und wie funktioniert das? Ihr lauft den Stanz ganz normal durch, haut den Endboss um und dann seid ihr hier oben auf der Plattform und habt diese Flügel, die ihr drücken könnt. Hier müsst ihr jetzt fünf Kugeln aufsammeln. Eine Kugel war ganz am Anfang schon mal, die konntet ihr gleich dort aufsammeln und jetzt müsst ihr euch ein bisschen verteilen. Ein Spieler sollte relativ weit links gehen, einer relativ weit rechts und dann einer noch mitten durch. Ihr seht jetzt diese Kugeln auch hier aufploppen. Eine haben wir wie gesagt schon aufgesammelt. Hier links holt sich einer eine Kugel, hier rechts holt sich einer eine Kugel und ich fliege einfach quasi mitten durch. Und hier ist es jetzt so, dass ich hier die in der Mitte sammle und dann aber nochmal ein gutes Stück weiter fliege. Und ja, da ganz am Eingang, wo wir am Anfang rausgekommen sind, haben wir nämlich auch nochmal eine Kugel. Und die muss ich jetzt auch noch versuchen einzutüten. Hier kann ich empfehlen, wenn ihr einen Char habt, der vielleicht nochmal so einen Sprung nach oben hat, ist das hier von Vorteil. Ich mit dem Druid habe nochmal so einen Sprung, die wilde Attacke nach vorne. Ohne die hätte ich die jetzt wahrscheinlich hier nicht einsammeln können, weil ich einen Ticken zu kurz geflogen bin. Und ja, jetzt müsst ihr gucken oder warten, dass die anderen auch noch ihre Kugeln einsammeln. Und dann poppt auch schon hier, wie ihr seht, das Achievement auf. Schwierig ist es nicht, wir haben es hier beim ersten Mal geschafft. Solltet ihr das nicht beim ersten Mal schaffen, ist es auch kein Drama. Die Kugeln spawnen nach drei Minuten nach und ihr könnt es quasi so oft versuchen, wie ihr wollt. Anders als der Achievement-Text das vermuten lässt. Dann kommen wir zur nächsten Instanz und zwar hier dem Theater der Schmerzen. Gleich beim ersten Boss mit dem Achievement-Todes-Trio. Und für dieses Achievement müssen wir auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad in mehreren Durchläufen des Affronts, des Herausforderers in den Theater der Schmerzen jeden der Kämpfer als letztes besiegen. Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch. Ihr müsst nur wissen, dass ihr das Ganze auch easy resetten könnt. Heißt, ihr könnt reingehen, haut einen von den Typen als letztes um und dann könnt ihr aus der Instanz raus, könnt mütig einfach resetten und den Boss nochmal umhauen. Ihr bekommt dann zwar für die Woche keinen Loot mehr von den Bossen, aber das Achievement könnt ihr dementsprechend in einem Aufwasch durchziehen. Es ist natürlich auch möglich, dass ihr schon ein paar Kills habt und oder das Ganze auch im mythisch Plus erledigen könnt. Dementsprechend war es bei uns so, dass alle aus der Gruppe schon einen von den Typen hatten. Ein paar hatten schon zwei oder das Ganze schon so fertig gemacht, immer mal einen anderen in einen Plus umgehauen gehabt. Und dann haben wir uns überlegt, einer hat, bei dem haben noch zwei gefehlt, sind wir einfach rein, haben den Boss einmal umgehauen, raus, haben es resettet, nochmal rein. Das dauert keine fünf Minuten, also wenn ihr eben mit einer Achievement-Gruppe drin seid, ist es eigentlich relativ easy, einfach einmal zu resetten. Dann kommen wir zum nächsten Achievement und zwar Frischfleisch. Und für dieses Achievement müssen wir Bluthack im Theater der Schmerzen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir zwei Fleischbrocken mit weichklopfendes Schmettern weichgeklopft haben. Und das hört sich jetzt nicht so kompliziert an, ist es auch ehrlich gesagt nicht. Wir machen als erstes folgendes. Wir pullen den Boss, ziehen ihn in eine der beiden Ecken, wo diese Fleischbrocken liegen. Die sind übrigens diagonal gegenüberliegend. Einmal, wenn ihr am Eingang reinkommt, dann liegt der erste Brocken links und dann hinten in der Ecke rechts liegt quasi ein Brocken. Und hier müsst ihr den Boss jetzt draufziehen und der macht alle paar Sekunden eine Fähigkeit weichklopfendes Schmettern. Und diese Fähigkeit muss diese Fleischbrocken treffen. Wenn diese Fleischbrocken getroffen werden, sind sie weichgeklopft und die verschwinden dann einfach. Heißt, wenn beide Fleischbrocken in den Ecken verschwunden sind, könnt ihr den Boss einfach ganz normal runterspielen, könnt dann auch CDs ziehen, umbrezeln, fertig. Mehr ist es tatsächlich nicht. Andere Spieler müssen da nicht rein, also das muss tatsächlich hier lediglich der Tank machen. Gut, das ist es eigentlich soweit bei dem Achievement. Wir hauen den Boss jetzt gerade noch um, Achievement ploppt auf und ja, das nächste Achievement haben wir dann beim Endboss und zwar Kaiserliche Keilerei und für dieses Achievement müsst ihr Mordreher, die unerbittliche Kaiserin, in den Theater der Schmerzen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr zweimal herausfordernd ausgeführt habt und zwei geisterhafte Anwärter besiegt habt. Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch. Ihr müsst hier den Endboss einfach runterspielen bis etwa auf 50%. Dann könnt ihr am Rand Mobs ins Target nehmen, die geisterhaften Anwärter, dann einmal Slash herausfordern oder Slash Challenge. Dann werden die angreifbar kämpfen gegen euch. Die klopft ihr einfach schnell um. Ihr müsst die aber interrupten, weil die hauen so ein Mars oder Carsten so ein Mars 4, ganz wichtig an der Stelle. Und sobald ihr die getötet habt, Boss umhauen und dann habt ihr auch schon das Achievement eingetütet. Dann kommen wir zur nächsten Instanz. Hier einmal Seuchensturz. Mit dem Erfolg gibt es Nachschlag. Und für diesen müssen wir Blobgork im Seuchensturz auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir ihn einmal mit drei Gängen verfüttert haben. Und ja, was müssen wir da machen? Wir polen den Boss und dann fangen hier an, Sachen zu erscheinen. Und zwar das Erste, was wir haben, ist hier links oben beim Boss ein Blob mit einer Hand drin oder keine Ahnung, was da drin ist. Auf jeden Fall müssen wir ihn da einmal hinziehen. Und ja, sobald er da dran ist, verfuttert er das quasi. Und das machen wir jetzt dreimal. Wir müssen drei so Blobs an ihn verfüttern und dann müssen wir ihn quasi umboxen. Das Zweite haben wir jetzt hier vorne beim Eingang auch links. Das ist so ein Herz oder keine Ahnung, was das darstellen soll. Ihn da auch reinziehen. Ihr müsst das Tank ein bisschen aufpassen. In der Grütze kriegt ihr die ganze Zeit prozentualen Schaden. Und das kann dann eklig werden, wenn ihr zehn Stacks habt. Werdet ihr auch gut geslowt, beziehungsweise habt einen Haufen weniger Tempo. Deswegen am besten nicht hier am Anfang des Kampfes auf zehn hochstacken. Es gibt noch ein anderes Achievement in der Instanz, wo ihr bei jedem Boss es stacken müsst. Aber da reden wir gleich nochmal an anderer Stelle drüber. So, und der Letzte ist hier ganz oben. Und da zieht ihr den Boss dann auch nochmal drauf. Und sobald ihr das gefuttert habt, habt ihr schon mal die Voraussetzungen für das Achievement erfüllt. Und müsst dann eigentlich nur noch den Boss umklopfen. Das ist dann nichts mehr Besonderes. Einfach nur drauf DPSen und umhauen. Wie gesagt, vielleicht dran denken, wenn ihr das andere Achievement auch gleich mitnehmen wollt, muss jeder Spieler zehn von den Stacks haben, dass ihr dementsprechend das auch noch parallel mitmachen könnt. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar virale Vernichtung. Und für dieses Achievement müsst ihr Doktacos im Seuchensturz auf den Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen. Nachdem ihr zwei instabile Seuchenbomben zerstört habt. Als allererstes haut ihr mal sämtlichen Trash hier um. Und dann müsst ihr lostigern und diese Pottiche präparieren. Und schwar ist da so eine lila Tinktur auf einem Tisch immer daneben. Die klickt ihr an. Und die könnt ihr dann einmal reinschmeißen in jeden dieser Pottiche. Übrigens, ihr habt 40 Sekunden Cooldown, dass ihr das Zeug anklicken könnt. Warum auch immer. Also es muss dann tatsächlich immer ein anderer Spieler machen. Oder ihr wartet halt ewig, bis ihr das alles präpariert habt. Sobald alle vier Brunnen lila mit lila Flüssigkeit gefüllt sind und auch so komisch brodeln, müsst ihr dann einfach den Boss pullen und ganz normal erstmal runterspielen. Jetzt ist es so, dass der Boss ja so ein Zeug in diese Pottiche schmeißt. Dann kommt ein Ad raus. Das explodiert. Das muss man im Normalfall umhauen. Das passiert jetzt auch. Bloß ist das Ad halt jetzt nicht mehr grün, sondern lila. Weil ihr diese Flüssigkeit reingeschmissen habt. Und ihr müsst jetzt zwei von diesen lila Mobs zerstören. Die heißen nämlich jetzt instabile Seuchenbombe. Kleine Information am Rande. Der Cast von der instabilen Seuchenbombe ist wesentlich schneller als der von der normalen. Also heißt, ihr müsst da ein bisschen fixer drauf switchen. Wenn ihr das mit halbwegs gutem Gier im Mythic Plus Null macht, ist es aber dennoch überhaupt kein Stress, die schnell zu töten. Das war es eigentlich soweit vom Achievement. Jetzt müsst ihr nur noch den Boss töten und ihr habt es eingeheimst. Wie gesagt, zwei Ads müsst ihr halt vorher umbrezen. Also zu schnell dürft ihr ihn halt auch nicht töten. Am Rande soll hier noch erwähnt werden, es gibt ja noch ein zweites Achievement, wo ihr bei jedem Boss hier in der Instanz quasi einen Stack von 10 Schleim-Debuffs holen müsst. Also euch hier in den Schleim stellen. Das könnt ihr nebenbei auch noch mitmachen, nachdem ihr die instabilen Seuchenbomben getötet habt. Das werden wir aber uns nochmal an anderer Stelle anschauen. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Schleimigeritt. Und für dieses Achievement müssen wir alle Bosse in einem einzelnen Besuch im Seuchensturz auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während der Effekt Seuchensturz aktiv ist. Ja, wie funktioniert das genau? Wir haben einen Effekt Seuchensturz und den brauchen wir beim Bosskill. Wichtig ist zu wissen, den Buff kriegen wir dadurch, dass wir in die Grütze am Rand reingehen. Die gibt es fast bei jedem Boss und hier ist es so, dass ihr 10 Stacks haben müsst und beim 10. Stack verwandelt ihr euch in diesen lustigen Schleim-Mob und habt dann auch den Effekt Seuchensturz. Während ihr hochstackt, bekommt ihr jede Sekunde zwischen 5 und 10% eures maximalen Lebens an Damage. Heißt, das ist einiges, was ihr draufgedamaged bekommt, was auch weggeheilt werden muss. Deswegen muss man sich überlegen, ob bei welchem Boss man vielleicht schon vor dem Bosskampf hochsteckt, bei welchem Bosskampf man im Bosskampf das macht, beziehungsweise ob das die Spieler gleichzeitig machen oder nacheinander, je nachdem, was euer Heiler wegheilen kann. Wichtig zu wissen ist, dass beim ersten und zweiten Boss jeweils noch ein anderes Achievement vorher machbar ist, wo ich euch ja auch schon in extra Videos gezeigt habe. Dementsprechend da vielleicht nochmal reinschauen, falls ihr die auch mitnehmen wollt. Die könnt ihr immer vorher machen. Deswegen habe ich jetzt beim ersten und beim zweiten Bosses mit der Gruppe so gemacht, dass wir erst die anderen Achievement-Sachen machen, dann quasi im Kampf nacheinander hochstacken und dann dementsprechend die Bosse umhauen, wenn alle die Stacks haben. Hier beim dritten Boss haben wir so gemacht, wir haben vor dem Boss einfach hochgestackt, hat Tee gezündet, ihn einfach umgebrezelt. Wie gesagt, der Debuff, wenn ihr ihn mal drauf habt, hält zwei Minuten, das reicht mit einigermaßen im Gear locker, um einfach einen Boss wegzubrezeln. Das Ganze ist übrigens Personal Achievement und dementsprechend, wenn einer stirbt, kriegt er halt das Achievement nicht. So, hier beim letzten Boss wird es interessant. Ihr habt gesehen hier, wir haben da draußen in der Grütze im Vorraum hochgestackt, denn im Bossraum ist zwar auch diese Grütze, aber hier kann man nicht hochstacken. Da kriegt man nämlich einen anderen Debuff. Heißt, ihr müsst den Boss jetzt innerhalb von zwei Minuten runterspielen und jetzt denkt ihr, okay, ich habe gutes Gear, easy. Ihr habt aber sehr viele Intermissions, die einfach immer eine gleiche Zeit brauchen. Dementsprechend müsst ihr sehr, sehr schnell hier sein bei den richtigen Phasen. Es wird relativ knapp. Wir haben es zweimal versuchen müssen, weil beim ersten Mal das Ganze nicht funktioniert hat. Heißt, ihr stellt euch zusammen draußen in die Grütze rein, guckt, dass ihr zeitgleich hochstackt. Am besten dann irgendeinen Movement Speed Effekt. Hier beim Druid bietet es sich an, den Roar zum Beispiel zu ziehen, reinlaufen und dann dementsprechend den Boss so schnell wie möglich runterzuhauen. HT haben wir jetzt hier nach der ersten Intermission, oder nee, das war glaube ich die zweite Intermission, haben wir HT gezündet und den Boss einfach runtergehauen. Ihr seht, wir haben jetzt hier noch acht Sekunden am Ende übergehabt. War auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Geschichte. Gut, das waren soweit die Sachen, die ich euch erzählen wollte. Und wie gesagt, erster, zweiter Boss haben noch ein extra Achievement. Diese Sachen kann man da vormachen und dann dementsprechend am Ende das mit den Schleimen. Und das ist ein Personal Achievement. Bei dem Run ist der Priester kurz bevor der zweite Boss gestorben ist umgefallen, hat das Achievement dementsprechend nicht gekriegt. Ich habe es bekommen und die anderen aus der Gruppe dementsprechend auch. Also wenn ihr random unterwegs seid, müsst ihr halt gucken, dass ihr auf jeden Fall den Buffer am Ende habt. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar alle Fünfe. Und für dieses Achievement müssen wir Händlerin Xiexa auf der anderen Seite auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir alle fünf Kugeln eingesammelt haben, die über ihr schweben. Und wie funktioniert das Ganze? Wir haben oben in der Luft Kugeln und da sollten wir uns am besten schon mal so positionieren, dass wir, wenn wir hier in diese Flächen reinlaufen und nach oben geschleudert werden, dementsprechend diese Kugeln einsammeln können. Das müssen wir insgesamt fünfmal machen. Also da arbeitet die komplette Gruppe zusammen. Das müsst ihr nicht einzeln machen, sondern die komplette Gruppe kann diese Kugeln einsammeln. Wichtig ist zu wissen, ihr habt ja noch die normalen Mechanics, also dass ein Spieler hochgehen muss, wenn er einen Debuff hat, beziehungsweise wenn sie unten, wie jetzt gerade hier den AE macht, dass er dann nach oben ist. Heißt, ihr schaut in den Himmel, wo sind die Kugeln. Dort stellt ihr euch unten hin und dann, wenn die jeweiligen Mechanics kommen, heißt, wenn alle nach oben müssen, wegen dem AE unten, lasst ihr euch dann hochkicken. Wenn ihr euch vorher schon hochkicken lasst, dann fresst ihr halt unten den AE. Mit besserem Gear ist das nicht das Problem, aber man kann es einfach hier relativ easy lösen, indem man sich halt vorher schon mal anschaut, okay, wo sind die Kugeln und erst dann hochschleudert, wenn sie quasi unten in der AE macht und da reicht eigentlich die Zeit locker. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zu den Betrieffeln sagen kann. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Paartherapie und für dieses Achievement müssen wir dafür sorgen, dass Milhouse und Maleficent sich mit jedem Wirken von Schattenfuhrrohr und Fingerlaser Echo Extreme gegenseitig treffen und bezwingt die Mana Sturms auf der anderen Seite auf den Schwierigkeitsgrad mythisch anschließend. Was sind das für Fähigkeiten und was müssen wir genau machen? Wir haben immer einen aktiven und einen inaktiven Boss und wenn wir jetzt hier mit Milhouse anfangen, dann castet Maleficent diese Fähigkeit Fingerlaser Echo Extreme und das ist einfach ein Zauber, wo erstmal zwei Spieler ein rotes Mark drüber bekommen, so ein Pfeil und diese beiden Spieler müssen sich dann auf zwei Seiten vom Boss aufstellen. Ihr seht, hier haben wir dieses Mark auf zwei Seiten und dann wird zwischen denen hier dieser Laser durchgezogen und wenn der Boss da in der Spur steht, wird er gestunnt und dann haben wir das erste schon mal erfüllt. Die zweite Fähigkeit ist dann Schattenfuhrrohr und das ist dann, wenn Maleficent unten ist und die castet dann Milhouse und hier ist es so, dass dann auch in dem Fall ein Spieler einen Mark drauf kriegt und dieser eine Spieler hat dann so ein blaues Mark drauf, hat einen Kreis um sich rum und da muss einfach der Boss in dem Kreis drinstehen, dann wird er auch wieder gestunnt und wenn ihr beide Fähigkeiten einmal in einem Fight quasi auf die Bosse drauf gehauen habt, dann kriegt ihr das Achievement. Bei uns hatten hier tatsächlich schon alle den Erfolg, wir haben den zweiten Boss jetzt tatsächlich auch zu schnell umgebrezelt, dass dementsprechend die zweite Fähigkeit nicht kam, aber einfach darauf achten, wenn ein Spieler dann quasi beim zweiten Boss, also beim Maleficent einen blauen Pfeil drüber hat, zum Boss laufen und dann dementsprechend den Boss damit stunnen. Das waren soweit eigentlich die Fähigkeiten für das Achievement. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar hoch anstrengend und für dieses Achievement müssen wir HK, die Mana Sturms, Händlerin Xiexa und Musala in einem einzigen Besuch auf der anderen Seite, auf dem Fähigkeitsgrad, mythisch beziehen, während mindestens ein Gruppenmitglied von Verderbtes Blut betroffen ist. So, was ist Verderbtes Blut? Das ist ein Debuff, den wir von HK bekommen und das ist im Endeffekt dieser Kreis, den ihr hier seht, um der um einen Spieler rum ist, da gibt es dann ein paar Sekunden lang einen Debuff und dieser Debuff, sobald er ausläuft, springt auf die anderen Spieler über, die in dem Kreis stehen. Heißt, solange immer zwei Spieler zusammenstehen, wo einer von denen den Debuff hat, springt der Debuff immer wieder hin und her, man kann ihn quasi endlos aufrechterhalten, es gibt aber die ganze Zeit Damage. Was ist jetzt unser Ziel hier bei dem Achievement? Wir gehen in das Dungeon rein, schauen, dass wir jeglichen Trash in dem kompletten Dungeon weghauen, das macht es wesentlich einfacher, also tötet einfach allen Trash in den Dungeon, lasst alle Bosse stehen. Dann schaut am besten, dass ihr das andere Achievement bei Xiexa davor macht, ihr könnt die Instanz resetten und dann nochmal reingehen, das geht, falls ihr jetzt nur das machen wollt, ist es egal, aber versucht nicht beide Achievements gleichzeitig zu machen, das macht es bloß unnötig kompliziert. So, sobald ihr allen Trash umgehauen habt, lauft ihr zu HK und spielt HK relativ normal runter und stellt so ab 40%, würde ich mal sagen, zwei Spieler zusammen. Bei uns sind es jetzt hier die beiden Magier und jetzt laufen wir einmal durch die komplette Instanz durch und laufen zu jedem Boss, diese zwei Magier, in unserem Fall, die laufen jetzt immer zusammen und wir werden jeden Boss so runterspielen, dass diese beiden zusammenstehen. Wichtig ist, die sollten am besten nicht sterben und wenn einer stirbt, sollten halt da andere Leute noch mit reingehen. Ihr kriegt hier die ganze Zeit Schaden oder zumindest die zwei Spieler, die den Buff halt die ganze Zeit hin und her bouncen, dementsprechend muss der Heiler da auch ein bisschen aufpassen und ihr könnt natürlich den Trash auch stehen lassen, macht es aber wesentlich schwieriger, also wenn ihr den vorher cleart, ist es ein bisschen einfacher. An sich ist es dann nicht das große Problem, wir haben es hier mit zwei Rangers gemacht, was bei den meisten Bossen einfacher ist. Das Einzige, was ich empfehlen kann beim Endboss, swappt ihr es am besten und zwar auf den Tank und den Heiler. Da ist es ja so, dass man sich aufteilen muss in die vier Positionen und Tank und Heiler gehen meistens in eine Position, deswegen macht es da tatsächlich Sinn, wenn man es am Ende einmal wechselt, heißt am Ende geht es von den, bei uns waren es jetzt wie gesagt zwei Range-IDs, haben wir es einfach von den zwei Range-IDs auf mich als Tank und den Heiler rüber geswappt und dementsprechend dann da hin und her gebounced. Es gibt noch so ein paar kleine Schwierigkeiten, unter anderem wenn man zu den Mana-Sturms geht, da gibt es ja auch ein paar Movement-Parts. Wir haben es so gemacht, dass man vor dem Movement-Part, wo man ja auch runtergekickt werden kann, dementsprechend das auf alle Spieler nochmal gespreadet haben, falls zwei runtergekickt werden oder einer von den beiden, die zusammenlaufen, dann hat es zumindest noch wer anders und man muss nicht nochmal die komplette Instanz, den Trash wegclearen und Hakada nochmal spielen, also das sind so Kleinigkeiten oder beim Händler Xiexa hat man die Geschichte, dass man am Schluss nochmal von ihr zurückgeportet, oder geportet ist es nicht, aber man fliegt dann so durch die halbe, durch den halben Raum zurück. Da sollte man gucken, dass man bevor man diesen Geist anklickt, nochmal es rüberspreadet auf die andere Person. Es kann nämlich sein, dass es dann während des Dings ausläuft und dementsprechend dann ärgerlich ist. Bei uns war es glaube ich ganz knapp, eine halbe Sekunde oder so waren wir da tatsächlich noch drüber. Gut, sobald ihr dann jeden Boss damit besiegt habt, prockt auch schon das Achievement auf und ja, schwierig ist es nicht, man muss nur ein bisschen gucken. Wenn ihr gute Heilung darauf habt, dann könnt ihr auch das auf nicht nur zwei Spieler hin und her bouncen lassen, sondern ihr könnt es dann auch auf alle im Raid ständig hin und her bouncen lassen. Dann geht ihr vielleicht, oder fahrt ein bisschen sicherer tatsächlich, müsst ihr halt ein bisschen mehr wegheilen. Wir haben das hier mit sehr wenig Gehe gemacht, ich glaube 200 Item Level. Mittlerweile dürfte man schon wesentlich mehr haben und dementsprechend sollte das eigentlich dann kein Problem sein, wenn es auf dem ganzen Raid aktiv ist oder auf der ganzen Gruppe. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Hydra-Kultur und für dieses Achievement müsst ihr Ingra Maloch im Nebel von Tyraskid auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr eine überwucherte Hydra besiegt habt. Wie funktioniert das? Wir müssen als erstes in dem Garten, den leider nur hier ein Night Fae aufmachen kann, einen Samen mitnehmen und zwar so einen Hydra-Samen. Den habe ich jetzt schon dabei und diesen Hydra-Samen, den müssen wir einfach hier in den Bossraum platzieren. Und sobald wir den hier in den Bossraum platziert haben, können wir einfach ganz normal den Boss pullen und jetzt ist es so, dass wir diesen Hydra-Samen so ein bisschen buffen müssen. Ihr seht schon, alle Spieler haben sich jetzt da zusammen draufgestellt und jetzt seht ihr, hier kommen diese blauen Flächen und wenn eine blaue Fläche diesen Hydra-Samen trifft, dann bufft die diesen Hydra-Samen. Und der muss jetzt, meine ich, neun Stacks haben, also neun Mal muss er getroffen werden und dann kommt hier so eine schicke Hydra raus, die kann ehrlich gesagt nicht sonderlich viel, die klopfen wir dann runter und das war es eigentlich schon. Dann haben wir auch das Achievement. Danach müssen wir halt den Boss halt dementsprechend auch noch töten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also, ihr braucht eine Neidfee, macht diesen komischen Garten auf, holt den Hydra-Samen raus, platziert den Hydra-Samen hin, stellt euch dann am besten mit der ganzen Gruppe drauf, denn diese blauen Flächen, die fliegen halt dahin, wo dementsprechend Leute stehen und dann müsst ihr so ein, zwei von diesen, ja, Beschussphasen quasi spielen, dass ihr da genug Beschüsse drauf habt. Wenn ihr Hydra-Samen neun Stacks habt, dann könnt ihr die Hydra umboxen, dann haut ihr den Boss um und dann habt ihr euer Achievement. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar, darüber könnte jemand stolpern und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Findet Nebel-Ruferins sechs Spielzeuge im Nebel von Tiriskid auf den Fähigkeitsgrad mythisch. Wir müssen als allererstes den Boss umbrezeln, also den zweiten und dann können wir hier durch die Gänge laufen und diese sechs Spielzeuge einfach anklicken. Als allererstes gibt es hier eins, wenn ihr den Boss gekillt habt und dann, wenn ihr auf den Boss schaut, rechts den Gang entlang lauft, einfach geradeaus zwei Gänge entlang laufen und dann liegt hier schon das erste, das ist die Trommel. Die können wir einfach einmal anklicken und dann haben wir dementsprechend schon mal das erste eingetütet. Die anderen zeige ich euch jetzt auf der Map, die sind dann sonst ein bisschen versteckter. Ihr seht hier zweimal geradeaus, dann war die Trommel. Dann sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 69, 42. Da haben wir dann auch eins eingetütet, dann einen Ticken hier runtergelaufen. Dort haben wir dann auch, hier habe ich schon gemerkt, bei Orange eine Puppe. Das ist dann bei den Koordinaten 56, 40. Dann haben wir schon mal drei insgesamt. Dann ein paar Meter weiter drüben, also hier einmal nach unten runter, habe ich mit Gelb schon das nächste einmal gemerkt. Da können wir drüber fahren. Hier haben wir das vierte dann. Das ist bei den Koordinaten 47, 42. Dann können wir einmal hier noch ein bisschen nach oben laufen. Hier habe ich nämlich auch noch mal vergessen, eins zu marken. Da haben wir es nämlich. Da können wir einmal draufklicken. Und dann haben wir jetzt das letzte noch und zwar ist das einmal hier hinten drin, um die Ecke. Da seht ihr es ganz klein. So ein Ball ist das. Und da machen wir auch noch einen Mark drauf. Das ist bei den Koordinaten 52, 29. Und damit müssten wir alle sechs einmal zusammen haben. Wenn ihr die angeklickt habt, kriegt das Achievement. Wie gesagt, ist ein Personal Achievement, heißt, müsst ihr selber machen. Und das Achievement könnt ihr theoretisch auch in einer Random Gruppe machen, nachdem ihr den zweiten Boss einfach umgeboxt habt. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar Wissenshunger. Und für dieses Achievement müssen wir Tread-Off war im Nebel von Tyroskit auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, bezwingend, nachdem wir einen erleuchteten Stachelschlundfresser besiegt haben. Wie funktioniert das? Wir machen es einfach so, dass wir, bevor wir den Boss quasi pullen, im letzten Pack ein Mob rauszuziehen. Und das ist dieser besagte Stachelschlundfresser. Und den lassen wir am Leben. Und sobald wir die anderen Trashmobs gekillt haben, können wir einfach ihn dann nochmal raus pullen und zum Boss ziehen. Dieses eine Ad muss nämlich jetzt in der Mitte zu diesem großen Samen hin. Und sobald es an dem Samen dran ist, fängt es an, diesen Samen zu futtern. Und sobald es den Samen aufgefuttert hat, kriegt es halt so einen Erleuchtet-Buff. Und wenn es den Buff hat, dann kann man das Ad töten. Ihr seht, er hat jetzt hier diesen Buff schon drauf. Wir können das Ad einmal töten. Und nachdem das Ad getötet worden ist, können wir den Boss töten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann gibt es das Achievement. Ihr könnt natürlich auch das komplette Pack rein pullen und müsst das Ad nicht unbedingt CC'n. oder ihr schaut halt, dass ihr, wenn ihr die anderen kleinen Viecher umklopft, dass ihr das Ad am Leben lasst. Bei uns war es so, wir hatten ein bisschen Angst, dass wir zu viel Schaden haben und das wegkliefen. Dementsprechend haben wir es halt rausgezählt und dann erst reingezogen, als die anderen Mobs tot waren. Aber das ist eigentlich egal, wie rum ihr es macht. Es muss halt bloß überleben, das eine Ad. Und es muss den Buff bekommen, bevor ihr den Boss umbrätselt. Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar Stückwerk. Und für dieses Achievement müssen wir Halkias in den Hallen der Sühne auf den Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem er alle drei Splitter von Halkias wieder absorbiert hat. Wie funktioniert das Achievement? Als allererstes solltet ihr wissen, ihr müsst ein bisschen Trash vorm Boss wegräumen. Und zwar solltet ihr eigentlich die kompletten Laufwege freiräumen, heißt auch verschiedenste Putts mitnehmen, dass ihr schön Platz habt, denn ihr müsst den Boss dann einmal pullen und durch die halbe Instanz ziehen. Also zumindest durch die halbe Instanz vorm ersten Boss müsst ihr ihn rumkiten. Und dann wäre es suboptimal, wenn ihr den ein oder anderen Trashmob dabei habt. Ihr könnt übrigens die meisten Leute auch von der Gruppe aufgemountet lassen und dementsprechend einfach nur die Tanks und den Heiler abgemountet. Der Rest braucht eigentlich jetzt nicht großartig hier drauf DPSen, denn es dauert relativ lang, bis er an den ganzen Spots dran ist. Wo sind diese drei Spots? Und zwar haben wir ja in der Instanz drei große Ads. Und diese großen Ads, wenn die gekillt werden, hauen die immer ihre Energie auf den Boss mit drauf und dann kann man, glaube ich, den Boss erst angreifen. Und in die Position, wo diese Ads standen, müsst ihr dementsprechend den Boss hinziehen. Ihr habt gesehen, zwei haben wir gerade schon abgeklappert. Der dritte Spot ist dann hier hinten noch, wo ich das blaue Markt gestellt habe. Und an diesen drei Spots muss der Boss einmal kurz stehen. Wenn er dort steht, macht er so eine kleine Animation. Das ist so ein rotes Anima einsaugen. Das sieht man relativ schlecht. Und das war es. Es ist anscheinend unabhängig davon, wo ihr die Ads getötet habt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, tötet die Ads auch an diesen Spots. Dann seid ihr halt einfach auf einem sicheren Feld. Aber ihr müsst ihn eigentlich nur da hinziehen und dann umbrezeln. Es ist ein bisschen nervig. Der Boss castet ständig was. Man muss in diesem blöden Kreis bleiben. Also man kann auch nicht ewig weit vorlaufen, weil man ja sonst einen Haufen Schaden die ganze Zeit bekommt. Es ist eklig. Wir haben es so gemacht, dass wir ihn einmal zu den ganzen Spots gezogen haben, dann HT angemacht haben und weggebräst. Und haben gesehen, bei uns kam das Achievement. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg. Und zwar Randale im Saale. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes abschließen. Zertrümmert mindestens 18 unsterbliche Steinscheusale gleichzeitig und besiegt danach Eichelon in den Hallen der Sühne auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch. Hört sich einfach an, ist es im Endeffekt auch. Wir haben nämlich diese Steinscheusale, die in den Ecken spawnen. Das sind jeweils rechts und links drei Stück. Also heißt, pro Spawn haben wir sechs von diesen Viechern. Wir brauchen 18 Stück insgesamt. Dementsprechend brauchen wir genau drei Spawns, die ihr abwarten müsst. Beziehungsweise macht lieber vielleicht ein, zwei mehr. Nicht, dass es so läuft wie bei uns. dass ihr versehentlich ein paar wegmacht oder dass die nicht komplett zusammenstehen. Wenn ihr genug Mobs zusammen habt, müsst die am besten immer auf einem Haufen komplett zusammen töten und derjenige, der diesen Kreis außen rum kriegt, muss immer nach außen laufen. Wenn die nämlich tot sind und quasi ein Spiel in den Kreis um sich rum kriegt und auf den Mobs steht, dann werden die kaputt gehittelt. Und wir müssen halt mit diesem Kaputthitten quasi gleichzeitig 18 Stück erwischen. Ich hab's hier am Anfang geschafft, dass ich nicht schnell genug raus bin. Ich dachte nicht, dass das auf den Tank auch kommen kann und hab ein paar gekillt. Dann waren wir uns nicht mehr sicher, wie viel wir insgesamt quasi schon hatten. Und dann haben wir hier jetzt ein paar mehr gemacht. Ihr müsst die einfach quasi schön aufeinander poolen. Dann laufen alle raus und einer haut dann den Hit drauf, wie wir das gerade gemacht haben. Ich glaub, wir hatten da bestimmt 20 oder 30, weil wir dann wirklich auf Nummer sicher gehen wollten. Und dann killt ihr einfach den Boss und easy. Mehr ist es tatsächlich nicht. heißt, warten ein bisschen ein paar Ads, habt alle zusammenlegen, Ads töten, ganz wichtig, die müssen tot sein und dann einmal mit dem Kreis auf alle Ads drauf, zack, und noch einen Boss töten, dann habt ihr das Achievement. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Eckenschütze und für dieses Achievement müssen wir den obersten Kämmerer in den Hallen der Sühne auf dem Fähigkeitsgrad mythisch zwingen mit drei Sündenstein-Statuen in den Ecken des Raumes. Und das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Als allererstes tut ihr euch drei Marks in die Ecke stellen, wenn dann links oder rechts, das bleibt sich relativ gleich. Wir haben die Marks hier nach links gestellt. Und jetzt ist es so, dass ihr den Boss einmal auf 40% runterhaut und sobald er auf 40% unten ist und gerade nicht diese Soak-Phase ist, lauft er einfach mit allen Mannen in die Ecke und er schmeißt dann die Statue auf einen random Spieler. Theoretisch, wenn man schnell genug rausläuft, kann man es auch ausweichen. Wenn ihr euch aber voll heilt, könnt ihr euch auch von der Statue treffen lassen. Wie ihr seht, gehen wir dann von einer Ecke in die andere. Müsst euch zwischendrin halt wieder vollziehen oder irgendwelche Dev-CDs ziehen, falls ihr euch von den ganzen Statuen erwischen lasst, weil die hauen dann doch schon ein bisschen rein. Und ihr seht, jetzt haben wir alle drei Statuen hier in den Ecken und jetzt können wir einfach den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ja, also einfach mit dem kompletten Gruppe dann in die Ecken eine nach dem anderen abklappern, sobald der Boss auf 40% ist. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Rückstände des Bösen und für diesen müssen wir Henker Tarwold in den blutigen Tiefen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir acht treulose Gefangene mit dem Effekt Rückstände getötet haben. Wie funktioniert das? Wir clearen erst mal hier vor dem zweiten Boss möglichst einen Trash in dem Modell außenrum. Dann laufen wir am Rand in diesen Gittern vorbei und gucken, wo da neutrale Mobs drin sind. Diese neutralen Mobs, die da drin hocken, sind nämlich die, die wir brauchen. Das sind diese Gefangenen. Und jetzt ist es so, dass ihr am besten vorher dann diese Käfige Markt, wo diese Gefangenen drin sind und die auch ein bisschen durchzählt. In manchen von diesen Gefängnissen hockt nur einer drin manchmal sind da zwei oder auch drei drin. Also im Schnitt braucht ihr so vier Käfige, würde ich jetzt mal sagen. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Dementsprechend müsst ihr vorher den Trash ein bisschen wegkillen. So, wie funktioniert das jetzt, dass wir die töten können? Da können wir im Endeffekt nicht rein, die Käfige sind nämlich immer zu, aber wir können den Boss da hinziehen und der Boss beschwört alle paar Sekunden ein Add. Und wenn man dieses Add tötet, gibt es eine große Voidzone auf dem Boden. So, habt ihr jetzt diese Voidzone am Boden, ist die so groß, dass die Lache quasi in den Käfig reinreicht und damit langsam den Mob-Tod tickt und die sterben dann da drin einfach. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, ihr müsst immer mal wieder ein bisschen ausweichen bei der Kugel. Dementsprechend könnt ihr das Add, müsst ihr das manchmal ein bisschen wegziehen. Das muss aber ganz am Käfig sterben und wenn dann quasi die Lache in den Käfig mit reingeht, so wie es bei uns jetzt hier ein paar Mal der Fall war, dann ticken die langsam runter, sterben und wenn ihr acht Stück zusammen habt, könnt ihr den Boss töten. Mehr ist es eigentlich nicht. Ihr seht, hier haben wir jetzt wieder an dem Mark die Lache abgelegt und dann tickt es langsam runter. Es dauert ein bisschen, also ihr müsst dann auch warten, bis die Mobs wirklich tot sind, sonst zählt nicht. Was ihr hier gerade bei uns seht, hier haben wir noch ein paar zusätzliche Ads gehabt. Ihr solltet wirklich auch die Zusatz-Ads aus den Käfigen machen, sonst adden die halt dazu und das ist nervig beim Bosskampf. Mehr ist es tatsächlich nicht. Schaut ein bisschen drauf, ob ihr wirklich die acht Stück zusammen habt, sonst müsst ihr halt noch ein bisschen weiter rumziehen, aber wie gesagt, es macht tatsächlich Sinn, hier den ganzen Trash vorher wegzukillen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Ich habe nur Augen für euch und für dieses Achievement müssen wir Duraka, den Unverwüstlichen in den blutigen Tiefen auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen. Wie machen wir das? Wir müssen ihn als erstes beschwören und zum Beschwören brauchen wir zwei Edelsteine, die wir hier in der Instanz looten können. Der erste Edelstein befindet sich in dem Raum vor dem Endboss und zwar hier in dem rechten Sarg. Da können wir einfach auf den Steinen draufklicken, ihn looten. Das kann übrigens nur ein Spieler machen, also der, der am schnellsten da draufklickt. Bei uns war es jetzt hier der Mage, der hat den schon einmal hier in diesem rechten Sarg einmal gelootet. und sobald ihr den habt, könnt ihr quasi wieder relativ weit an den Anfang der Instanz laufen. Offensichtlich müsst ihr halt erstmal die Instanz komplett durchclearen, sonst kommt ihr halt auch nicht in den Raum vom Endboss, beziehungsweise in den Vorraum. So, es gibt zwei Steine, es gibt einmal ein rechtes Auge und ein linkes Auge und das zweite Auge, das wir uns jetzt holen wollen, ist in einem Seitenraum, wo wir sonst normalerweise nicht hinkommen. Ich empfehle euch übrigens, das mit einem Spieler zu machen, also einen Spieler, dass er beide Augen nimmt, so haben es wir zumindest gemacht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn unterschiedliche Spieler das nehmen. Übrigens, hier habt ihr ein Seil, das wieder hochkommt, falls ihr das nicht wusstet und noch nie zurückgelaufen seid, ist vielleicht ein kleiner Tipp, der euch ein bisschen helfen kann. Wir laufen jetzt quasi hier einmal den kompletten Weg wieder zurück, kurz vorm ersten Boss tatsächlich. Und hier ist es nämlich so, dass wir einen Seitenweg haben, normalerweise kommt man ja hier von links und wir müssen jetzt hier rechts weiter und erstmal den kompletten Trash-Mack machen, wahrscheinlich habt ihr den auch noch stehen und in dem nächsten Raum ist so eine Statue und hinter der Statue liegt dann unser zweiter Gem. Das sind übrigens zwei so rote Steine, die sind relativ klein, also man sieht sie nicht gleich auf Anhieb und wie gesagt, wenn die einer aufgehoben hat, sind die auch weg, also sprecht mit eurer Gruppe, nicht, dass ihr den ewig sucht und ein anderer den schon angeklickt hat. Und sobald wir die beiden haben, können wir die als Augen quasi vom Mob einsetzen, dann wird der Mob zum Leben erweckt, wir töten den Mob und das war es dann im Endeffekt. Hier haben wir gerade nochmal wild gesucht, es ist hier hinter der Statue, wie ihr seht, da könnt ihr anklicken, hat auch wieder der Magier bei uns in der Gruppe angeklickt, dann verschwindet er auch und jetzt müssen wir einen Raum weiter, da sind auch noch Mobs und hier seht ihr, links drin haben wir dann dementsprechend den Gargoyle. Also wenn ihr auf die Brücke zulauft, ist der Gargoyle quasi gegenüber der Brücke, wenn ihr da in die kleine Ecke reinlauft, schon habt ihr den Mob, der kann ehrlich gesagt nicht viel, man muss ein bisschen ausweichen, der hat zwar schon ein bisschen Leben, also alleine kriegt er den wahrscheinlich eher schwierig runter, also da solltet ihr dann tatsächlich mit der Gruppe machen. Mehr ist es nicht, ihr müsst halt den Gargoyle dann anklicken und diese Augen einsetzen, dann wird er angreifbar. Dann kommen wir zum nächsten Erfolg und zwar Kahlschlag und für dieses Achievement müssen wir generellen Kahl in den blutigen Tiefen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während der Effekt Schmetterschlag aktiv ist. Wie funktioniert das? Ihr haut als allererstes die ersten drei Bosse hier in den blutigen Tiefen um und dann, wenn ihr hier bei der Strecke seid, wo ihr dann immer wieder das Schild einsetzen müsst, habt ihr hier rechts in der Ecke so Behälter, das sind insgesamt fünf Stück und diese fünf Behälter kann jeweils ein Spieler anklicken und bekommt dann einen Buff drauf und diesen Buff brauchen wir gleich beim Endboss. Wichtig ist, wenn ihr diesen Behälter aufnehmt, dann kriegt ihr die ganze Zeit Damage, das ist jetzt nicht riesen viel, aber es ist schon ein bisschen Damage und wenn ihr den einmal angeklickt habt und ihr sterbt, dann ist der Behälter weg und er spawnt euch nicht nach, also sprich, ihr müsst jetzt hier zum Endboss durch, ohne dass ihr sterbt. Das ist ein Personal Achievement, also sprich, theoretisch kann euch egal sein, was mit den anderen ist, aber wenn ihr halt als Gruppe das Achievement machen wollt, kann halt jeder einen Behälter anklicken und jeder und keiner aus der Gruppe sollte halt am besten sterben. Jetzt haut ihr einfach den kompletten Trash um, bis ihr dementsprechend dann beim Boss dran steht. Sobald wir dann beim Boss sind, müssen wir am besten mal zwei Marks aufstellen. Wir haben da hinten so einen Käfig, den habe ich jetzt auch gerade schon mittels eines Makros ins Target genommen. Normalerweise kann man den nicht targeten, aber mittels Makro kann man den targeten. Und hier, wo ich gerade Totenkopf und Blau gestellt habe, stellt euch am besten auch etwa Marks auf, denn das wird gleich noch richtig wichtig. Wir haben nämlich jetzt alle den Buff drauf, dass wir die ganze Zeit hier Schaden kriegen und mittels dem Buff können wir da hinten mit diesem Käfig, den ich jetzt auch hier ins Fokus genommen habe, interagieren. Wir müssen uns nämlich vom Boss hinten zu dem Käfig da schleudern lassen, dann auf den Käfig draufklicken und werden dann damit wieder zurück auf die Plattform geschickt, haben dann den richtigen Buff drauf und dementsprechend, nachdem wir den Boss gekillt haben, dann das Achievement. Das Ganze ist ein Personal Achievement, also heißt, es kann auch sein, dass es nur einer schafft aus der Gruppe oder theoretisch können es auch alle machen. Das ist ein bisschen tricky tatsächlich. Wie funktioniert das jetzt genau? Also ihr habt die Marks aufgestellt, habt den Boss gepullt. Jetzt ist es so, dass alle paar Sekunden eine Intermission kommt, wo der Boss so einen krassen Zauber cast und da müssen wir uns normalerweise unter die Kuppel stellen, dass wir halt weniger Schaden kriegen und dass wir nicht zurückgekickt werden. Jetzt wollen wir uns aber hier gerade schon zurückkicken. Heißt, wenn der Boss richtig steht, dann müssen wir uns alle auf Totenkopf positionieren und der Boss muss halt auf Blau sein. Wir drücken nicht dieses Schild, sondern lassen uns, ihr seht gerade, hier ist wieder die Intermission, der Boss steht falsch, wir ziehen das Schild, spielen ihn ganz normal so lang, bis er quasi auf Blau steht. Und wenn er dann auf Blau steht, stellen wir uns alle auf Totenkopf, lassen uns von dem Knockback nach hinten kicken, dann müssten wir nämlich auf diese, auf diesen kleinen Käfig, Laterne, was auch immer das ist, hinfliegen, dann müsst ihr das Ding anklicken, kommt wieder zurück auf die Plattform und könnt den Boss köten. Das ist halt relativ tricky, weil es halt random ist, wo der Boss sich hinportet. Wir hatten schon Trice, wo er sich bis zum Enrage nie auf die richtige Stelle geportet hat, dann muss man halt die komplette Instanz neu machen, weil der blöde Käfig, den man gelootet hat, nicht respawnt, ja. Das ist ein ziemlich ätzendes Achievement. So, jetzt ist der Boss richtig auf die richtigen Stelle, wir stellen uns hier hin, lassen uns kicken, klicken den Käfig an und können dann dementsprechend hier, werden auf die Plattform zurückgeflogen und können dann einfach den Boss umhauen. Ihr habt gesehen, zwei Spieler haben es jetzt hier nicht geschafft gehabt, schlichtweg, weil sie anscheinend das Ding nicht anklicken konnte. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn das alle gleichzeitig machen, weil man dann nicht das Ding anklicken kann, sondern sich teilweise gegenseitig anklickt. Deswegen habe ich mir einen Makro geholt, wo ich diesen Käfig quasi in den Fokus packen kann und dann kann ich über dieses Fokus drüber fahren und das quasi, ja, mit dem interagieren. Das ist halt der Vorteil. Also dann kann man halt eine Taste noch drücken mit Ziel interagieren und kann einfach über das Fokus drüber gehen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ich werde euch das Makro mal unten mit rein posten. Ihr müsst halt dann auch eine Taste quasi auswählen. Unter den Tastaturbelegungen gibt es mit Ziel interagieren, da müsst ihr halt eine Taste dann auch noch draufklicken. Wir haben hier glaube ich drei oder vier Runs insgesamt gebraucht, bis alle das Achievement hatten. Also hier könnt ihr euch auf längere Zeit einstellen und ihr müsst wirklich jedes Mal die komplette Instanz nochmal machen. Das ist mit Abstand des Ätzens das Achievement. Ich würde behaupten, das Achievement dauert fast so lang wie die, wie die alle anderen Achievements zusammen für den Dungeons. Das ist leider so ein bisschen random. Aber vielleicht habt ihr mehr Glück oder seid skillter als wir und kriegt das in einem Aufrutsch hin. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ja, damit sind wir wieder durch mit den kleinen Achievement Guides. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!